hallo willkommen zu einem neuen video am 4 dezember und zwar gab es heute die belohnung in den clash of clans für die saison für das saison ende und ja den goldpass hole ich mir dann morgen also wir haben den ersten dezember holt mit morgen am zweiten aber wir können ja mal ein bisschen die mauern verbessern weil ich habe viele ressourcen übrig und hierfür brauchen wir keine ahnung sechs millionen elixiert das okay das ist das heißt wir müssen hier das gold verwenden ist jetzt traurig aber ich habe nur einen baarbeiter noch frei das ist alles schon produktion und das teuerste ist inferno tun das heißt bis 9 millionen gold können wir alles ausgeben so zwei millionen ja so ungefähr ja doch das muss dann das elixier können wir auch noch einiges ausgeben und zwar ja da bis so ungefähr an ihr wisst ihr was schade ist ich habe auch noch so viel dunkles elixier das heißt das gold muss ganz weg und das elixier kann so bleiben ungefähr ich muss hier nur die ganzen mauern alle verbessern das ist so teuer habe ich jetzt alle machen so hoch ich glaube die sechs monge auf 13 12 aber egal wenn man kann man auch irgendwo gucken mit moran ja hier und wir haben die morgen die neuen schon ziemlich hoch jetzt kann ich jetzt mal fünf millionen jedenfalls elixier haben wir noch genug wo ich nur das dunkle elixier alles ausgeben bogenschützenkönigin ja am liebsten würde ich jetzt den barbarenkönig upgraden habe ich ihnen noch ein buch der helden oder so ein quatsch kann ich mir jetzt kaufen hoffentlich ja danke weil dann würde ich den nämlich direkt hier enden und jetzt will wieder das dunkle elixier oh man ich will uns denn viel 30.000 oh man ich habe gute ideen so es will uns auch noch ein bisschen elixier 6 8000 doch 8.000 dunkles elixier wenn wir jetzt hierher kriegen durch die kämpfe zwei kämpfe dann bräuchte auch viel dunkles jetzt selbst wenn es zwei kämpfe sind das ist wieder eine aufgabe 5000 nur hier hier so ein premier 8000 hat schon eigentlich genug ich habe jetzt welche angriffsreihenfolge genommen ja so nicht schnell so so schade leider zu wenig aber mit ja kein problem bin ich mein ja wo ist das dunkle lager schon weg oder wie scheint so ne also ich habe es übersehen weil schon mal in der flanz über sieht man schon mal sachen sehr gekonnt aber wahrscheinlich so jetzt ist nur ein bohrer übrig da gehen die hin die hexen gehen dahin dunkles elixier bitte seit hause noch alles gerne aber die gehen die zum rathaus hoch jawoll dunkles ist ja so gut wie alles weg uns fehlen noch 60 ja dann müssten jetzt mal mit zum rathaus gehen rathaus hallo ja auch der so jetzt muss ich gleich gucken wann ich ihn zünden muss jetzt ungefähr ja jetzt haben wir es geschafft gut sehr schön und wir kriegen sogar fast 100 prozent ich glaube leider nicht ganz ne ich glaube leider nicht obwohl wird sehr knapp das wird wirklich ziemlich knapp wo er wurden hat überlebt der wagenkönig auch okay das wäre 100 prozent super perfekt schön aber noch 100 prozent bonus und dann können wir jetzt noch mal verbessern hier ja sind unsere ressourcen muss mauern hoch gold was wollen wir sind quasi am nächsten tag also für euch am fünften dezember für mich am ersten ne zweiten so haben wir noch ganz viel hiervon so dann müssen wir auch mal reinschauen ja wisst ihr was dann machen wir jetzt die vier angriffe noch grad fertig für unseren clan überfallkarte eine basis möchte ich noch statt gipfel ja dann versuchen wir das nochmal zu 3 crown ne star 3 star wir sind ja nicht in cash real wo sind noch sachen übrig oben sind die truppen so doof verteilt man ich glaub der angriff war eine niete oder obwohl 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 oh was ach ne ich dachte die kanone wird dauernd dann ist alles gut dann heilt die sich hoffentlich nochmal schön schnell oh hier ist eine wut noch das ist auch gut beng beng die arme kanone bitte überlebte und falle schon heil saubernummer ja perfekt okay warte klappt doch klappt doch obwohl ich hab ein bisschen bedenken noch obwohl doch 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 das wird noch aber auch wieder relativ knapp aber gut dann haben wir auch noch den goldenen angriff das ist sehr schön der das ja gut wenn wir denn immer hatten jeder jedes wochenende ist das einfach hier reingehen und nein ich bin jetzt alle egal sollte machen so ich habe schon 30 prozent sind wirklich so wenig gebäude ja ne okay schön und die truppen sind auch noch relativ gut am leben also wenn ich jetzt hier wieder 100 prozent hole achso ne da stehen noch hinten okay ja gut okay nach oben rechts und unten da geht aber irgendwie keiner hin sind alle hier hoch und ja gut das ist auch wieder ein sieg eigentlich 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 wieder ein schöner sieg jetzt müssen sie nur da runter waren dann und es dauert so ewig aber jetzt und gewonnen schön dann geht es auch zum nächsten kampf noch drei angriffe aber ja ich sehe es wieder ein bisschen anspruchsvoller aus und wie viele stände oder prozente wie hier holen ja kommt oh alle in die luft geschleudert doof ja greife ich einen ex-angriff von unten an wenn es nicht klappt ja oben ist sowieso jetzt alles aufgeräumt so na jetzt will der riese unten hin oh man aber die magier die tun das schon gut ja ein paar sterne noch oder ein paar prozente ja das läuft oben läuft es noch gut die haben quasi das gebiet schon eingegrenzt wirklich angreifen müssen oh das läuft gut schön das wird also ich hab gesagt es läuft schlechter äh oh die armen magier oh man ziemlich schade aber der nächste angriff vielleicht so und zwar nochmal bauarbeiterschmiede ähm wieder reinsetzen okay hier waren einige fallen die sollten jetzt auch aktiviert sein ja so okay sieht relativ entspannt aus so ich hab jetzt mal einen langweiligen Teil geskippt weil ja es interessiert halt keinen die Truppen laufen halt zerstören was nur das Endergebnis zählt so das muss jetzt die letzte Riese gewesen sein das heißt Angriff Nummer 3 können wir jetzt starten und zwar den letzten auf dieses Dorf hier waren glaube ich keine Fallen mehr weil da schon genug Truppen waren und hier unten können wir noch was weg zappen so gucken wie das Endergebnis wird so das sieht wieder einen guten Sieg aus würde ich mal sagen die Truppen gehen jetzt einfach da noch hin obwohl jetzt jetzt wird es wieder knapper oh man jetzt hab ich gerade gesagt ein Sieg und jetzt wird es richtig knapp oh obwohl ich hab wieder wahrscheinlich zu viel Angst gehabt jo schöner Sieg schöner Sieg so das können wir natürlich jetzt noch alles einzahlen wie haben wir denn 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 ich glaub diesmal war ich gut die letzten Überfall Wochenende hatte ich nicht so viele Punkte mal gucken Überfallkarte ja ich bin sogar erst da ja schön ich mein die letzten Überfall Wochenenden hatte ich nicht so viele Punkte aber diesmal läuft es ziemlich gut ja und dann haben wir noch die Verbesserung mit dem Labor muss ich später machen ja nicht schlimm so und dann würde ich sagen das war es mit dem Video wir sehen uns im nächsten Video und ciao und dann